Die Kieler-Helsteller wollen, dass das Jahr gegen das jetzt, dass sie eben nicht beantworten, dass jetzt Gott in der Nahrung ist. Wir verstehen ganz gut, dass wir eine Frage haben, was wir beim Kieler-Holstein besitzen haben. Habe erzählt hier, beziehungsweise, weil Habe erzählt hat, weil wir heute noch die Füße gemacht haben. Ja. Wir können also in verschiedenen Tagen probieren, weil das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist der offene Abend. Hier für unsere Ladung zum Bier. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?